Wir sind die Risser-Seer-Bum, vom schönen Garm bis Baden-Kirchen, ja wir spielen heute ganz süchtig auf. Das ist ja Wahnsinn, wer kippt denn da? Das ist ja unglaublich. Der Dombäck Wickerl vom EV Landshut kippt zu uns auf Zugspitz. Servus, Herr Wickerl. Aber jetzt mach ich mir schon Sorgen, sag mal, du kannst doch nicht mit so einer Kleidung auf den Berg gehen. Ja, sag mal, schau mal, hier ist doch schwierig, was tust du da oben? Mein Herr Sermannhaus, immer der Herr Merei. Servus beinahein. Du, ich muss da, ich muss da herauf, weil da mit dieser Challenge-Sack da bin ich nominiert worden. Und ich auch von Rosenlein. Ach ja, auch von Hinti, ich vom Autorisch aus Kündigschau. Ja, ich weiß jetzt nicht, was Schügel ist, Alter. Und hier haben wir am Dach, hier haben wir am Dach, Mensch, wo ist das besser zu machen, als auf Deutschlands höchsten Berg auf der Zugspitz, weil da bin ich da oben. Und jetzt kriegst du aber her. Ja, ich hab mal den gemalt, ich war gestern ein bisschen länger vorgegangen, hab jetzt am einen oder anderen rumgemacht, aber jetzt geh halt da oben. Und das gibt natürlich nicht schöner, wie Rosenlein kommt. So, da bin ich bei dir, also das muss ich mittragen, sag ich ganz ehrlich, aber irgendwas, wenn es dann geschafft hat, dann gibt es die Ergänzungen, ne? Schauen wir mal, wie wir das heim regeln, oder? Irgendwie werfen wir es schon wieder. Also, lass uns auf den Seifeln. Servus dabei. Servus, bis nachher. Ja, also, jetzt habe ich den Wicker wirklich hier am Bezugspitz getroffen. Das ist der helle Wahnsinn. Und zufällig spielt der Wickerl ja auch sein E-V-Ranz-Greifen und gar nicht so viel. Wickerl, nochmal, warum ist er nicht? Über den Nürnberg von Osternheim, die haben gerade recht finanziert werden, und die Öl-Frau-Frau-Frau-Frau-Sante, die werden sich da oben hinlassen zu werden, mit der Bezugspitzung von Eisner-Greifen für den Wickerl an, die es gehört haben kann. Und dann hätte ich es besser gehabt, wenn ich hätte es mit Pferden, wo Deutschland auch dazugspitzelt. Und wesentlich bin ich jetzt da. Und, äh, das ist meine Nominierungen, da werde ich jetzt da erfüllen, und natürlich auch da, und das meine drei Kankeräuser praktisch promenieren mit dem Zug. Und Gendom, ich müsse mal. Äh, ich kombiniere einen Wickerl gerne aus Osternheim, wo er der größte Wickerl-Maschule jetzt gemacht hat. Die haben auch größten Knökel, Krämer, und den Bremsen aus Osternheim, wo die ganzen Wickerl-Maschule geht. Es schmeckt. Es schmeckt. Aber ich sage eins, das macht sich nicht voll am Magen. Es ist schon auf dem Zugspitz. Ich bedanke mich nochmal, weil wenn ich die Nominierung habe, die in Baden-Württemberg geholfen muss ich sagen, dass er gleich am Mittag kommt. Und ich habe überlegt, wie ich nominiere, ein Franz Reitl, DEB-Präsident im Deutsch-Leist-Bund, dann nominiere, ein Christian Münder von unserem Partner, und als letztes, den sollten wir auch nicht vergessen, nominiere ich ganz gerne um Axel-Kamera. Das ist ein schönes Wetter. Wir hätten ein schlechtes Wetter auch. Wir hätten ein richtiges Wetter auch. Wir hätten ein richtiges Wetter auch. Ja, das geht wirklich. Ja, das geht wirklich. Bei Sonnenschein. Der war für die Nominierung. Danke. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.